Musik Frau Sieper, grüße Sie. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Bei euch geht es um das Thema Verkehr für Kinder, oder? Kindlich gemacht. Verkehr für Kinder, das, was die Kinder erleben, das, was sie draußen erleben, bringen sie bei uns auf die Straße ins Kinderzimmer. Tatsächlich mit Straßen, mit Parkhäusern, mit Bauteilen, die kombiniert werden können. Dem Parkhaus, wo ich mit einer Slide-Line von oben nach unten durchfahren kann. Den Einsatzfahrzeugen, die ihren Einsatz machen können. Ich kann in den Wald fahren, ich kann mit Booten auf dem Wasser fahren. Ich kann das Leben nachspielen zu Hause. Ist das jetzt eher so ein Jungsthema, oder spielt das auch Mädchen an? Grundsätzlich spricht es Jungs und Mädchen an. Jedes Thema, ob ich jetzt den Krankenwagen nehme, ob ich die Feuerwehr nehme, ich nehme Wald und Bäume, Tiere oder eben das Parkhaus und das schnelle Rennauto. Jeder findet was, was ihn selbst begeistert. Man sieht ja auch viele Kinder begeistert. Welche Altersgruppe sprechen Sie an? Wir sprechen eigentlich die Altersgruppe an, die gerne mit Autospielen uns das drumherum machen können. Wir sind, wir bewegen uns im Alter ab drei mit den Produkten und das wird auch voll ausgepastet. Ich sehe da hinten eine ganz tolle Landschaft mit Baggern und Sand. Können wir da mal hingehen? Ja, gerne. Also für mich wäre das früher ein Traum gewesen. Erklären Sie mir mal, was das alles kann. Das ist unser Liebherr Raupenbagger. Der Bagger ist im Prinzip baggern wie die Profis, im kleinen Format. Also wir haben hier mit Liebherr nicht nur zusammengearbeitet, was eben die Außenform angeht, sondern wir haben uns ganz genau angeguckt, wie gesteuert wird, wie Bagger gesteuert werden. Wir haben über die Fernbedienung hier Joysticks, eben wie der Original Baggerstuhl Joysticks hat. Wir haben Wippschalter, wo ich die Ketten fahren kann. Und so kann ich mit dem Bagger nicht nur auf der Ebene baggern, sondern ich kann auch in den Graben baggern. Darf ich mal baggern? Ja, natürlich. Gerne. Das ist für die Schaufel. Die bewegen mit den beiden Joysticks. Also es verlangt ein bisschen Übung, ist aber ein durchaus realitätsnahes Gerät, würde ich mal sagen. Was muss ich denn für so ein tolles Gerät jetzt als Mama oder Papi berappen? Der Bagger wird bei einem UVP von 249 Euro 99 liegen. Welche Alterscoupé spricht das an? Wir haben Kinder, die schon ab drei, vier, fünf Jahren baggern. Das sind mit Sicherheit auch Kinder, die da affin sind, aber mit ihren Eltern zusammen machen, die das durchaus in dem Alter. Wir haben natürlich viele Erwachsene, die unglaublich gerne baggern und das nachempfinden. Es geht eben darum, das Baggern dann nachzuempfinden, wie ich es auch draußen auf der Baustelle mache, einen Hänger zu beladen, das abzutransportieren. So, dreht sich einmal 360 Grad, kein Problem. Er dreht sich auch weiter, also er hat tatsächlich keine Beschränkung drin. Und? Die Mami kann es auf jeden Fall. Sehr schön. Wo geht die Reise hin bei euch? Viele Firmen haben hier jetzt schon Apps und gehen auch ins Digitale. Wie sieht es bei euch aus? Also wir sind durch die Technik, die wir bei SicoControl haben, ja sowieso im Bereich der Funkfernwendung. Da steckt eine ganze Menge Technik drin. Das heißt, das machen wir sowieso. Alles das, was kommt an Verbindungen mit anderen Medien, da gibt es natürlich tausende von Ideen, an denen auch gearbeitet wird. Aber es ist auch mal ganz schön, wenn es einfach klassisch bleibt, finde ich. Ja. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch viel Erfolg auf der Messe. Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Tschüss. Danke.